Musik Herzlich Willkommen in Sault Ste. Marie, älteste Stadt des Mittleren Westens, die sie mit der wunderschönen Umgebung historischer Leuchttürme und den mächtigen Takamannon-Wasserfällen zu einem romantischen Urlaub einlädt. Sault Ste. Marie ist bekannt als der Ort, an dem einst Michigan geboren wurde. Hallo, mein Name ist Heiko und ich begleite Sie heute durch eine lebendig moderne Stadt voll faszinierender Geschichte. Beginnen wir unsere Reise mit einem Besuch der Sault Locks, größtes Schleusensystem der Welt, mit dessen Hilfe seit über 150 Jahren Tag für Tag Frachter die 6 Meter Höhenunterschied zwischen dem Huron-See und Lake Superior überwinden. Sei es von Bord eines Ausflugsschiffes mit Mittag- oder Abendessen oder vom Observationsdeck des Sault Locks Parks aus. Dieses Wunder der Ingenieurskunst bietet faszinierende Einblicke in die reiche maritime Geschichte der Stadt. Diese Geschichte sowie die Geschichte der Ureinwohner der Gegend spiegelt sich auch in den Ausstellungen des Tower of History Museums wieder. Vom 64 Meter hohen Turm des Museums haben Sie zudem grandiose Ausblicke auf die umliegende Landschaft. Besonders schön sind auch das nahegelegene Great Lakes Shipwreck Museum und das Museumsschiff Valley Camp von 1917, das auf einer Fläche von 1800 Quadratmetern in über 100 Ausstellungen die reiche Vergangenheit Sault St. Marie's beleuchtet. Neben faszinierender Geschichte finden Sie in Sault St. Marie aufregendes Nightlife und eine grandiose kulinarische Szene. Eines der Highlights der vielseitigen Restaurantszene, die auf lokale frische Zutaten setzt, ist sicherlich das berühmte Antlers Restaurant. Seit mehr als vier Generationen in Familienhand. Mein Geheimtipp, probieren Sie den Büffel Burger. Anschließend geht es in die lebendige Altstadt, wo Sie neben Livemusik auch 13 lokale Bierbrauereien in einem Viertel finden, das auch als Bermuda-Dreieck bekannt ist. Wer sein Glück am Spieltisch probieren möchte, der ist im Kuwadin Casino genau richtig. Das neben klassischen Spieltischen, zwei schöne Restaurants und Live-Entertainment im State-of-the-Art Dream Makers Theater bietet. Gerade die Mischung aus lebendiger Geschichte und dem Charme einer modernen Stadt machen Sault St. Marie zu einem faszinierenden Reiseziel im Norden Michigans. Kommen Sie uns da auch mal besuchen. Wir freuen uns auf Sie. Kommen Sie uns da auch mal besuchen.